In diesem Video zeige ich dir unseren Fokusmodus. Wenn du den Fokusmodus aktivierst, werden alle Menüs ausgeblendet und sind nicht mehr sichtbar. So hast du noch ein viel besseres Live-Erlebnis, wenn du Colorboard für deine Präsentation nutzt. Du findest den Button hier unten links in unserer Menüauswahl. Wenn dieser aktiv ist, kannst du immer noch Objekte auf dem Board bewegen, aber alle anderen Bedienelemente sind unsichtbar. Wenn du dich im Fokusmodus befindest, kannst du auch den Präsentationsmodus hier unten links aktivieren. Um den Fokusmodus zu deaktivieren, klicke einfach nochmal hier unten auf das Symbol. Du kannst unseren Fokusmodus mit der Advanced und Enterprise Lizenz nutzen. Hierfür musst du auf jeden Fall Moderationsrechte haben. Finalчас, jetzt noch Teufва. Ja, wir machen die Schmutzung los, die Schmutzung. Und dann woher die Schmutzung hoch ist. Und dann mit der Schmutzung. Vielen Dank.